Extremereignisse und daraus resultierende Konsequenzen bzw. Katastrophen entstehen entweder durch einzelne, also Single Hazard oder mehrere, also sogenannte Multi Hazard oder Multi Gefahren Prozesse. Unter Multi Gefahren oder Multi Hazards werden in einem Naturgefahren Kontext alle möglichen und relevanten Naturgefahren Prozesse und deren Wechselwirkungen bzw. Interaktionen in einem bestimmten räumlichen Ausschnitt oder in einer bestimmten zeitlichen Periode verstanden. Diese können über mehrere Stufen allmählich stärker werden. Hierbei spricht man dann von einem sogenannten Kaskadeneffekt. Kaskadeneffekte können entweder linear, wie auf der linken Seite der eingeblendeten Abbildung dargestellt oder eine auf komplexe Art und Weise in Form von Prozess- oder Eventkaskaden, wie auf der Abbildung rechts dargestellt, verlaufen. Beim linearen Verlauf eines Kaskadeneffekts kommt es beispielsweise aufgrund von Hochwasser zum Bruch eines Staudamms, welcher eine Flutwelle auslöst, die dann wiederum weitere Staudämme durchbrechen kann und sich in weiterer Folge somit in ihrer Intensität und in ihrem Schadenspotenzial verstärkt. Ein weltweit bekanntes Extremereignis, das durch solche Kaskadeneffekte verursacht wurde, ist die Bankiau-Überschwemmung in der Provinz Henan in China. Hier kam es im Jahr 1975 aufgrund eines Taifuns zu einer verheerenden Überschwemmung am Fluss Ru, welche den Bruch des Bankiau-Staudamms zur Folge hatte. Die daraus resultierende Flutwelle verursachte den Bruch von insgesamt 62 weiteren Staudämmen. Dieser Kaskadenbruch erzeugte anschließend eine mehrere Meter hohe Welle, die sich mit beinahe 50 Kilometern pro Stunde flussabwärts ins dichter besiedelte Flachland ergoss und dort zahlreiche Städte, Dörfer und tausende Quadratkilometer Land überflutete. Über eine Million Menschen einschloss und unmittelbar mehrere Tausend Todesopfer forderte. Von Prozess- oder Eventkaskaden spricht man hingegen im Allgemeinen dann, wenn unterschiedliche Gefahrenprozesse zusammentreffen bzw. wenn diese in einer Wechselbeziehung stehen. Als Beispiel hierbei wäre ein Hangrutsch zu nennen, der durch ein Hochwasserereignis hervorgerufen wurde. Entscheidend für ein Zustandekommen solcher Prozessverkettungen und den daraus resultierenden Konsequenzen ist der Verbindungs- bzw. Konnektivitätsgrad zwischen den jeweiligen Komponenten des Landschaftssystems. In Systemen mit hoher Konnektivität, wie beispielsweise in steilen Gebirgsräumen, kommt es zu einer besonders raschen Ausbreitung von solchen Naturgefahrenprozessen, sowie zu Prozesskoppelungen und damit einem Zustandekommen von Multi-Hazards, also von Multi-Gefahren. Auch im österreichischen Alpenraum sind Kaskadeneffekte immer wieder für Extremereignisse verantwortlich. Am Abend des 17.07.2010 kam es im weststeirischen, almwirtschaftlich und touristisch genutzten Schwarzen Seebachtal durch die Verkettung verschiedenster hydrogeomorphologischer Prozesse zu einem Extremereignis, welches zahlreiche Schäden zur Folge hatte. Zwischen 16.30 und 18.30 kam es dort zu einem stationären, Starkregenereignis mit einer Niederschlagsumme von ca. 130 mm. Dieses löste, wie in der eingeblendeten Abbildung zu erkennen ist, zahlreiche Hang- und Gerinnemuren aus und hatte Hochwasser sowie ein hohes Maß an Feststofftransport in den Hauptgerinnen zur Folge. In drei Bereichen wurde der Schwarzen Seebauch während dieses Ereignisses durch Murgangsmaterial temporär eingestaut, wobei hierbei insgesamt ca. 880.000 Kubikmeter Wasser und Sediment zurückgehalten wurden. Die Murdämme konnten dem Druck dieser Wassermassen nicht standhalten und es kam um ca. 21.30 Uhr zu deren Durchbruch und seiner darauffolgenden Flutwelle mit einer geschätzten Durchflussmenge von ca. 104 Kubikmetern pro Sekunde, was in etwa einer 60-fachen Normaldurchflussmenge des Schwarzen Seebachs entspricht. Die Flutwelle riss mehrere kleine Brücken mit sich und verursachte weiter Fluss ab entlang des Sölkbaches in vier Ortsteilen von Stein an der Enz eine über einen halben Meter hohe Überschwemmung. Im Schwarzen Seebachtal selbst wurden insgesamt 60 Menschen eingeschlossen. Nachdem sich die Rotkreuz-Stützpunkt in Gröbning ausgeflogen. Zum Einsatz mit insgesamt 60 Rotkreuz-Helferinnen und Helfern kam auch das Rotkreuz-Kriseninterventionsteam samt Notarzt. Darüber hinaus wurden durch die aufgetretenen geomorphologischen Prozesse einige Hütten vermurt oder sogar zur Gänze vernichtet sowie Forststraßen beschädigt bzw. zerstört. In der nun eingeblendeten Abbildung ist oben der mittlere und größte Rückstaubereich mit Sedimentanlandungen sowie mit Hochwassermarken zu sehen, die Rückschlüsse auf den Wasserstand zulassen. In der Mitte sind deutlich Hochwassermarken an den Baumstämmen zu erkennen, welche durch die Flutwelle erzeugt wurden. Im unteren Bildbereich links befinden sich Vermurungen im Bereich der sogenannten Sachaseealm. Des Weiteren ist in der Abbildung unten rechts ein Böschungsanbruch entlang eines Zubringerbaches mit unterspülter und zerstörter Forststraße. Man siehe nur die weiße Ellipse rechts, bedingt durch eine Tieferlegung des Flussbettes durch Tiefenerosion von circa sechs Metern zu sehen. Siehe auch die erwachsene Person als Referenz in der linken weißen Ellipse. Mehr Details zum Katastrophenereignis im Schwarzen Seebachtal erfahren Sie gleich im folgenden Vorortbeitrag. Auf diesem Schaubild sieht man das enorme Ausmaß der Zerstörung des damaligen Extremereignisses, das sich eben entwickelt hat aufgrund dieser Verkettung hydrogeomorphologischer Prozesse. Wir sehen hier die Schadensfläche im Bereich der Breitlanhütte, wo wir uns gerade befinden. Wir sehen auch hier auf diesen Fotografien die Flutwelle, die hier durch diese Bereiche der Breitlanalm fließt. Wir sehen Unmengen an Totholz, welches hier von den Hängen hier herabgespült wurde, in die Talbereiche des Schwarzen Seebachtals. Diese Totholzanlandungen, wie sie hier auch erkennbar sind, haben natürlich auch zu weiteren Einstauungen der Flutwelle beigetragen und ein Grund, warum solche Mengen an Totholz hier in den Talbereichen abgelagert wurden, liegt darin begründet, dass viele Flächen, die hier forstwirtschaftlich genutzt wurden, vom Borkenkäfer befallen waren und das Niederschlagswasser relativ rasch in den Untergrund infiltrieren konnte und somit den Untergrund mobilisieren konnte. Das Niederschlagsereignis selbst wurde angegeben mit einer Gesamtniederschlagsumme von ca. 140 Millimetern in zwei Stunden, die hier gefallen sind. Das war eine Gewitterzelle, die hier im Tal-Kesselbereich stationär vorhanden war und zur Gänze abgeregnet ist. Insgesamt, wie hier auf dieser Tafel auch erkennbar ist, wurden ca. 220 Hektar Almweidefläche zerstört, die für diese Region von enormer wirtschaftlicher Bedeutung sind. Wir befinden uns hier knapp oberhalb des untersten Einstaubereiches, wo wir im Hintergrund blankgespülte Hänge erkennen können. Wie bereits zuvor erwähnt, kam es zu zahlreichen Hangmuren und Gerinnemuren. Im Vordergrund sehen wir eine Gerinnemure jüngeren Alters, die die bereits darunterliegenden Ablagerungen des 2010ereignisses überlagert haben. Wir können jetzt schön den Kontrast erkennen zwischen den älteren Ablagerungen, die wiederum von Gras bewachsen sind, die wiederum almwirtschaftlich genutzt werden und die Überlagerung entsprechend darüber mit jüngeren Murgangsablagerungen. Ein weiteres äußerst imposantes Beispiel für einen stufenweisen Ablauf aufeinander folgender, sich zum Teil auslösender oder gar gegenseitig beeinflussender bzw. verstärkender geomorphologischer Prozesse ist entlang der Sedimentkaskade Plassen-Salzbergtal-Mühlbachschlucht- Hallstatt zu finden. In einem weiteren Vorortbeitrag führt uns Dr. Johannes Thomas Weidinger durch eine beeindruckende Abfolge von Felssturz, Erdstrom und Murenprozessen, die seit jeher den Siedlungsraum Hallstätts bedrohen. Wir stehen hier auf 1300 Meter Seehöhe, direkt unter dieser spektakulären 600 Meter hohen Südwand des Plassen. Hier beginnen diese Prozesse, die sich letztendlich bis hinunter zum Ufer des Hallstättersees zu einer Naturgefahr ausweiten. Hier sind die Sturzprozesse. Wie sind sie entstanden? Nach dem Abschmelzen des Eises ist das Widerlager weggegangen nach der letzten Eiszeit. Das heißt, der Berg hat begonnen, lateral auseinander zu driften an großen Störungssystemen, die heute morphodynamisch sehr aktiv sind. Das heißt, wir haben hier nicht nur Steinschlag, vor allen Dingen auch sehr, sehr große Felsstürze. Der letzte Felsstürz, den wir hier im Hintergrund sehen, ist nicht älter als sechs Jahre. 150.000 Kubikmeter sind hier abgestürzt und wir haben dann durch Referenzmessungen festgestellt, dass im Laufe weiterer drei Jahre wieder 150.000 Kubikmeter heruntergekommen sind. Das heißt, es dauert oft sehr lange, bis sich solche Prozesse beruhigen und sich wieder ein einigermaßen natürliches Gleichgewicht einstellt. Hier an der Ostflanke des Plassen, ungefähr auf 1200 Meter Seehöhe, sehen wir noch viel, viel deutlicher, was das geomechanische System hier eigentlich verbricht und was es kann. Wir haben am Top oben diesen hellen Plassenkalk aus der Jura-Zeit und im Untergrund das ausgelaugte Haselgebirge. Man sieht, das ist ein Gemenge aus Ton und verschiedenen Gesteinsfragmenten. Fallweise kann auch noch etwas Salz dabei sein. Und dieses System hart auf weich bedingt jetzt im Übergangsbereich ganz spezielle Prozesse. Wir sehen hinter mir Sturzhalden. Das sind die, wie sich der Berg auflöst. Man sieht aber auch schon neben den Legföhren oder Latschen, wie wir sagen, die trockene Standorte brauchen auch feuchte Standorte, wie hier die Weide rechts hinter mir. Das heißt, unten drunter befindet sich Bereich das Haselgebirge. Und hart auf weich reagiert nicht nur sturzartig, sondern das Weiche entwickelt sich nun weiter der Salzbergtal hinunter zu großen Erdströmen. Wir befinden uns hier im mittleren Teil des Hallstätter Salzbergs. Man sieht sehr schön, dass eingeklemmt zwischen dem Dachsteinkalk und dem Hallstätterkalk das ausgelaugte Haselgebirge hier als veränderlich festes Gestein vorliegt. Es lässt sich genähten. Dementsprechend wichtig ist es, das Wasser aus diesem Material herauszubringen. Es gibt oberflächliche Gerinne, es gibt aber auch Drainagemaßnahmen, um diesen Kriechprozess, diese Erdströme möglichst zu verlangsamen. Hier sind wir, was die Prozesskaskade betrifft, in dem Zwischenspeicher, der letztendlich das Source Area, das Material darstellt, das dann bei starken Niederschlägen Richtung Hallstatt weiter verfrachtet werden kann. Wir blicken hier vom sogenannten Rudolfsturm noch einmal Richtung Westen auf den Plassen, auf die Ausgangspunkte dieser Sedimentkaskade und sehen den riesigen Sedimentspeicher, den Zwischenspeicher, das sogenannte Salzbergtal. Hier betreibt der Bergmann schon seit mehreren Tausend Jahren Salzwirtschaft und während die bronzezeitlichen Bergleute rechts im Hintergrund waren, sind die eisenzeitlichen Bergleute der alten Eisenzeit, der Hallstattzeit etwas weiter nach vorne gewandert. In der jüngeren Eisenzeit ist man wieder etwas nach hinten gewandert. Das heißt, die Menschen mussten immer der Naturgefahren ausweichen. Wir wissen, dass vor 3200 Jahren ein großes Ereignis war und vor ungefähr 311 vor Christus ein großes Ereignis war, das den Bergbau vernichtete. Wir stehen hier vor einer der spektakulärsten Sedimentkaskaden, die die Ostalpen überhaupt zu bieten haben. Es ist der Hohe Plassen mit seiner Bergzerreißung Richtung Osten. Es sind die Erdströme des Salzbergtals bis zum Rudolfsturm, der im Hintergrund zu sehen ist. Und es sind die spektakulären Murereignisse, die durch die Mühlbachschlucht direkt auf den Ort Hallstatt-Zillen der Welt berühmt ist. Und es ist die Seite der Wand, die für die Mühlbachschlucht direkt auf den Ort Hallstatt-Zillen der Welt berühmt ist. Diese Seite der Wand, die die Mühlbach-Zillen der Welt berühmt hat, die in der Welt ist. Dennoch auch, der in der Welt berühmt ist. Das ist die Seite der Wand, die in der Welt berühmt hat. Vielen Dank.